Willkommen zurück zu SHIM Jetzt komm ich schon von der Aussprache im Wunder, ich weiß es nicht Warte ich noch mal noch nie, weil wir haben mich die Wahl Wir könnten jetzt durch die Level gehen und hier gibt es ja teilweise so SHIMs zu finden Jetzt habe ich noch gar keinen Hier haben wir einen anstatt durch Zufall gefunden Und den habe ich vorhin gemacht Und es gibt am Ende nochmal die, die ich jetzt mal alle durchspielen muss Ohne Doppelsprung, ohne Respawn und so weiter Aber das Memo ist glaube ich erstmal auf Wir sehen, wir sind schon in Kapitel oder Level 14 Wie viele es gibt, ich weiß es nicht Aber wir schauen einfach mal weiter rein Das soll ich einfach nochmal gezeigt haben So, weil er das jetzt irgendwie in der Sachen einlagert, ne Und wir müssen jetzt irgendwie zu ihm, genau Unser Band wurde ja zerrissen, wir müssen ja immer noch ausfinden, denn Wir müssen kommen und das scheint ein langer Weg zu sein Eieiei Das scheint ein mega langer Weg zu sein Holy moly Okay Okay Yeah, hoopen Ich kann nicht schließen lassen? Ich frage es gerade Ich frage es gerade Ähh Kann ich das teufeln? Ah Ah, guck mal Jetzt kann ich hier rein Aber hier sehe ich allgemein sehr wenig Will ich überhaupt hier drin sein? Wollen wir nicht, oder? Ist denn irgendwas Was weiß ich hier? Ich hätte jetzt gedacht, dass hier wenigstens Irgendwie so ein Ding ins Aufmich verhaken würde Aber ne Nicht mal, dass das tut Das ist Ich bin ein Scheißperger Ich würde mich nicht проверken Okay Ich bin ein Scheißperger Naja. Dann fisch ich ihm hier. Ne Ahnung. Meinst du, dass da reinkommen man scheint? Okay. Oh. Dann fisch ihn von meinem Team, aber nicht. Dann. Dann fisch ihn von meinem Team. 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 okay 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 ist das mein Ziel da rüberkommen oder was und dann kommt schon ein bisschen warte mal kann ich hier ich kann ich sehe leider gerade nix warum bin ich jetzt ein Dämon angefangen so ganz wie jetzt ist da rüberkommen okay und dann und dann und 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 So, und jetzt wollen wir, äh, das Devil ist echt riesig. Okay. Ja. Hey. 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 Ich will doch da rein. Oh! Hm. Oh, man gab es schon bloß. Helft mir, Menschies. Na los. Hier rüber mit euch. Los. Ich bin hier in dir drin. So. Jetzt sind wir hier. Mit den Fließbindern. Den, die ich zuerst gesehen habe. Hm. Oh. Nur. So. No. Oh. Okay. Kann ich hier irgendwas mit den Dingern machen? Nein. Also muss ich einen anderen Weg finden. Hm. 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 Oh. 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 Ähm. Oh. 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 Das kommt schon auch nicht mal weg. Ne. Aber vielleicht... Das ist halt doof, wenn man nix sieht, ne? Ja, hier, Platinzone wird schwer, glaube ich. Ich glaube, das wird ganz schwer. Oh, wir sind fertig. Wie befürchtet. No. Ach, ich kann nicht ohne Steuern bleiben. Wie, was soll ich auch denn? Da komm ich nicht rum. Bei der Knast hier. Da schaue ich mich hier hin. So. Ich muss hier gegen den Strömen kämpfen. No! Oh nein. So. No. Oh. Was ist denn dämlich mit den Perspektiven jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Hey. Oh meine Güte. Das war anstrengend, das Level. Das war richtig anstrengend. So. Wo muss ich denn hin? Hm. Zum Bus. Musik. eruft Musik. Krass. Wann sind das, derwey? Na ja, mein Freund, oder wie? Okay. Du 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 du. Na, meinst du, dann gehst du so big front? Okay. Ist aber immer noch nicht so groß wie bei der Fabrik. Ganz so, dass die Fabrik das größte Level war. Würde ich jetzt nur mal vermuten. Ja, ich mag das Spiel. Ja, wo geht's so weiter? Und da, finde ich nicht. Ich fahr schon mal zurück. Ja, okay. Am Sonne ist nicht so gut. Leider Störung. Kommen sie, wir werden später wieder. Oh nein, Müll überall. Dein Fehlerzahn. Los, beweg dich. Mensch. Ich vergeb' ich in dem Schatten nicht drin. Das ist schon mal richtig, oder würdest du sagen? Gesundheit. So, wir müssen einfach noch weiterhaken. Da kann einfach nur unser Mensch hier bleiben. Du 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 du. Nein. Nein. Neen. Paar meine Schmerz. Oh nein, er geht hinterher, schnell. Ich bin ein Werbau. Cool. Ah, da kommt ein Motel unter. 3 und 3 Sterne. Ich bin's, ich hätt. Ich hab den ganzen Tag jetzt mal Urlaub geguckt. Ja. Das kann ganz schön teuer werden, sag ich mal. Vielleicht wird auch mal rumlaufen. Na, dann verdammt. So. So. Oh. So. Ja, so eine. Oh. So. Oh Gott, den so eine Zähne. Nehme ich ja auch gut, ne? So. So. Fangen wir mal den mit. So. Fast ein Crash. Man kann eben sagen. Irgendwie bin ich keine Falsche. Hallo. Ihr wollt ich gar nicht. Ich werd entführt. Hallo. Was soll das denn bitte? Ich werd' gegen meinen Willen entführt. Dann muss ich erstmal die ganze Eigentafel wieder auf 500 km abbringen. Hallo. So. Jetzt kommt natürlich einer. Gemeinheit. Äh. Jetzt kann ich nix machen. Schade. Schade. Äh. Schade. Ich muss aber noch da rein. Ich wollt auch nur den Menschen da rein. Aber irgendwie. Ja. Jetzt war's geschafft. Hallo. Warum sind da so viele? So. So. Weißt du was? Vielleicht sagst du die Enückeo Roboter einzunehmen? Auch. Ne. Der schade valtelt wie Prieten und Silberian kaufen. Nein. Ich würde mir jetzt schwänzen ins Wasser zu spüren, 50 mal, woher komme ich denn hier soll ich denn hier rüberkommen, ein Gehstock auch schon mal Das führte sich easy an, scheint es aber nicht zu sein. Ah, hat ich das mal vollgerust. Das sind die Menschen im Kreislaufen. Ich hatte die Eisen nicht im Kreislaufen. Ich bin der Virus in deinem Kopf. Ich bin die Augen deines Schattens. Ich bin der Augen der Lüge. Ich bin 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 der Lüge. Ich habe das so. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ich glaube dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Machen wir an der Stelle weiter. Also, warte rein. Ciao, ciao.